Ja hallo, da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Wir wollten doch, glaube ich, weiter erzählen. Nee, wieso sollen wir weiter erzählen? Na, weil wir schon lange nichts mehr erzählt haben. Aber das ist doch doof. Lass doch die Kinder erzählen. Ja, lass die Kinder erzählen. Wie? Ja, die sollen uns erzählen, was die so gemacht haben. Aber wir waren doch so lange weg. Die Kinder waren doch alle da. Pass auf, wir erzählen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Okay, und das war bei Adam und Eva. Nein, da sind wir schon vorbei. Na, Noah vielleicht. Noah haben wir auch schon. Dann zu Jesus. Zu Jesus kommen wir noch. Obwohl, den werden wir bestimmt noch ein paar Mal erwähnen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wo sind wir denn dann? Das ist schon so lange her. Ja, tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Aber es geht weiter mit... Sag mal. Mit Abraham. Abraham? Genau, Abraham. Und zwar hatte Abraham einen Vater. Aha. Eine Mutter. Okay. Und zwei Brüder. Oh. Eine richtig gute kleine Familie. Ja. Genau. Eine richtig gute kleine Familie. Und die lebten im Lande Uhr. Wie? Die lebten in der Uhr? Nein. Im Lande Uhr. Wie kann man denn in einer Uhr leben? Nein. Die lebten nicht in einer Uhr. Sondern im Land Uhr. Uhr. Es heißt, es gibt ein Land, das Uhr heißt? Nein. Nicht mehr heißt. Aber früher gab es ein Land, das Uhr hieß. Okay. Komische Leute. Armwanduhren. Wanduhren. Handyuhren. Und dann sogar noch ein Land Uhr. Ja. So war das früher halt. Die haben sich halt genannt. Aber Uhr ohne H. Wie ohne H? Na. U-R. U-R? Einfach Uhr? Mhm. Gut. Bevor wir uns da jetzt noch weiter aufhalten. Aus dem Land Uhr. Da haben die gelebt. Also in dem Land Uhr, da haben sie gelebt. Und zwar hieß der Vater Terach. Und der eine Bruder von Abraham hieß Nahor. Und der andere hieß Haran. Hm. Auserhan Nahor und Haran. Komischen Dank. Ja. Was soll ich sagen? Wieso hießen die denn so? Hm. Weil der Vater ihnen diesen Namen gegeben hatte. Oh. Komischer Vater. Ja. Aber so ist das halt. Du heißt ja auch Jack, weil ich dir den Namen gegeben habe. Aber mein Name ist auch doof. Nein. Dein Name ist doch nicht doof. Nehmen wir nur Spaß. Ja. Jack, Jack, Jack. So. Wo waren wir? Jetzt habe ich es vergessen. Im Land Uhr haben die gelebt. Genau. Im Land Uhr haben die gelebt. Und dann ist aber etwas passiert, was die Familie nicht so gut fand. Wie? Garst du ein Feuer? Nein. Aber der eine Sohn ist gestorben. Wie? Ein Bruder von Abraham ist gestorben. Oh nein. Hm. Das war nicht so gut. Was haben die denn gemacht? Haben die bestimmt ein großes Begrägnis gemacht. Bestimmt. Aber der Vater hat sich entschieden. Nein. In diesem Land wollen wir nicht länger bleiben. Wir ziehen nach Kanaan. Wieso denn das? Hm. Wahrscheinlich hat ihn alles in diesem Land an seinen Sohn Haran erinnert. Wie? Na ja, als er rumgegangen ist, hat er bestimmt gesehen. Ach, da hat mein Sohn, auf der Straße hat mein Sohn gespielt. Und da sind die Freunde von Haran. Und ja, alles hat ihn daran erinnert. Oh. Ja, das ist traurig. Mhm. Und da hat sich der Vater bestimmt gedacht, wir ziehen woanders hin, wir machen einen Neuanfang in einem anderen Land. Ah. So wie du hier vor ein paar Jahren umgezogen bist. Genau. Vor ein paar Jahren bin ich in diese Wohnung gezogen und lebe jetzt hier ganz mehr oder weniger zufrieden. Wie mehr oder weniger? Na ja, wenn du nicht immer so frech wärst, wär ich zufriedener. Okay. Ich bin gar nicht frech. Ja. Manchmal bist du auch ganz lieb. Hm. Ja. Aber lass mich weiter erzählen. Wie? Die Geschichte ist noch nicht vorbei? Nein, die Geschichte von Abraham, die geht noch länger. Wie denn das? Ja, als sie im Land Kanaan waren, da hat Gott zu Abraham gesprochen. Wie denn das? Hat er denn in einen Traum was gesagt? Weiß ich nicht. Äh, ist er denn vielleicht selber zu Abraham gekommen? Weiß ich nicht. Wir lesen nur in Kapitel 12 vom ersten Mosebuch. Ja, genau da. Da steht, und der Herr sprach zu Abraham. Was hat er denn gesagt? Jetzt kommt das Interessante. Geh aus deinem Vaterland und von deinem Vaterhaus, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause. Wie? Da soll er weggehen? Hm. Aus deinem Vaterland. Was ist denn das? Naja, das ist das Land, in dem er und sein Vater gelebt haben. Seine Familie. Ja. Und dann die Verwandtschaft, die sollte alle zurücklassen? Gott hat's so gesagt. Und auch die Familie. Mhm. Das heißt, Abraham war ganz alleine. Nein, so ganz alleine war er nicht. Wie nicht alleine? Hat er noch ganz viele Schafe gehabt? Oh, bestimmt auch. Und Ziegen. Kann sein. Aber, äh, was er noch hatte, er hatte eine Frau. Ach. Und dann hatten sie bestimmt auch ganz viele Kinder. Das hätten sie gern gehabt, aber das mit den Kindern war ein Problem. Wieso denn das? Naja, die Sarah, die war unfrachtbar. Die konnte keine Kinder bekommen. Wie? Keine Kinder bekommen? Das geht doch gar nicht. Jede Frau kann Kinder bekommen. Hm. Leider nicht. Manche Frauen nicht. Gibt's zwar ganz wenige, aber es gibt Frauen, die können keine Kinder bekommen. Das ist ja doof. Mhm. Und das war für Sarah auch doof. Wieso denn das? Naja, damals hat man sich gesagt, wenn eine Frau keine Kinder bekommen kann, dann ist sie bestimmt verflucht. Oh. Das ist nicht gut. Nee. Da haben die Leute bestimmt auch gesagt, ach guck mal, die Sarah, die bekommt keine Kinder. Wie? Die haben sich denn ausgelacht? Mhm. Dann haben sie bestimmt ausgelacht. Oder hinter dem Rücken von Sarah über sie gelästert. Ah, die hat keine Kinder. Die ist bestimmt eine schlechte Frau. Oh, das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Aber der Autorin hat seine Frau geliebt. Der hat sie sehr geliebt. Der war nämlich 75, als sie aus dem Land rausgezogen sind. Wie 75? 75 Jahre alt. Da war er doch schon ein alter Ufer. Mhm. Da war er ein alter Mann. 75. Ich habe eine Wunsch-Oma, die ist älter als 75. Ja, diese Lotte, die ist über 80. Ja. Das heißt, der war wirklich ein alter Ufer, als er aus dem Land rausgezogen ist? Mhm. Der war wirklich alt. Und seine Frau, die war bestimmt genauso alt. Oder fast so alt. Oh. Da sind sie als alte Leute weggezogen. Als alte Leute. Und dann? Das kann doch nicht alles sein. Nee, das kann nicht alles sein. Und Gott hat ihm gesagt, vielleicht lese ich das mal vor. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Aha. Alle Geschlechter. Männer und Frauen. Männer und Frauen. Aber weißt du was? Das Geschlecht, was hier steht im Mosebuch, das heißt eigentlich was anderes. Wie? Was heißt das jetzt anderes? Nicht nur Männer und Frauen? Naja doch. Aber damals hat man, wenn man Geschlechter gesagt hat, meistens auch die Familie gemeint. Die ganze Familie. Oder ein Volk. Oh. Ach so. Das heißt, alle Familien auf der Erde werden durch Abraham gesegnet werden. Alle Familien auf der Erde können durch Abraham gesegnet werden. Wie? Werden nicht? Naja, eigentlich schon. Wie? Eigentlich schon? Naja, das hat sich erst später in der Zukunft gezeigt, was das heißt. Und zwar, dass Jesus Christus kam, um für unsere Sünden zu sterben. Und unsere Beziehung zu Gott wieder heile zu machen. Oh. Das hat aber lange gedauert, oder? Das hat ein paar hundert Jahre gedauert. Aber da mit Abraham, da hat Gott angefangen. Und wisst ihr was, Kinder? Mit euch kann er bestimmt auch was Gutes angefangen. So wie er mit Abraham angefangen hat, eine große Geschichte zu schreiben, so kann er auch mit uns, mit unserem Leben eine wunderbare Geschichte schreiben. Auch in meinem Leben? Ja, bestimmt auch mit deinem. Oh, dann bin ich mal gespannt, was Gott mit mir noch machen möchte. Das bin ich auch. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh man, das war jetzt peinlich. Wie war so peinlich? Ähm, hast du das nicht gehört? Was soll ich so nicht gehört haben? Naja, die Kamera ist ausgegangen. Oh nein! Was heißt denn das jetzt? Ist das Video kaputt? Ne, das Video ist nicht kaputt, aber wir haben jetzt am Ende kein Bild mehr. Oh nein! Oh ja. Und jetzt? Jetzt sollten wir vielleicht Schluss machen. Wie Schluss machen? Ja, wir haben doch den Kindern gesagt, wenn Gott mit Abraham so eine große Geschichte schreiben konnte, dann kann er das mit unserem Leben auch. Ja, und das heißt? Und das heißt, wenn wir Gott vertrauen und wenn wir Gott lieben und ihm gehorsam sind, dann kann er mit uns auch was Großes machen und vielleicht viele andere Leute zum Glauben führen und zu Jesus bringen. Oh, das klingt gut. Na gut, dann sollten wir jetzt auf Wiedersehen sagen. Mhm. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.